Darf ich nicht? Okay, Mann! Dein rechter Fuß! Dein rechter Fuß! Genau da, wo ich gesagt hab, ne? Moin und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Admiral Bett Fußballgolf Challenge. Und das ist unser heutiger Kurs. Wir befinden uns in der Osttribüne im VIP-Bereich und los geht's an der Hamburger Weglounge. Wobei an der Galerie mit den Porträts der Kapitäne des HSV. Dann die Treppen runter zum VIP-Eingang. Und bei der Drehtür, da geht's rund. Da haben wir nämlich unser Ziel aufgebaut, da ist das Tor. Auf geht's! Anna, wenn bei dir alles perfekt läuft, ein Kontakt mit links, da, ein Kontakt runter. Ja, aber... Das ist die Tränen. Ja. Los! Ja, man sieht schon, höchste Konzentration bei Medi jetzt. Oh ja! Boah, gute Länge. Links, links. Nein, nein! Das wird bei meinem Ball auch passieren, Medi. Bleib hier, bleib hier. Warte, 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 warte. Komm, komm, rechts, rechts, rechts. Perfekt, perfekt. Oh, ja. Hä? Genau da, wo ich gesagt hab, ne? Sehr gut. Ich hab aber deine Flugkurve, hab ich genau eingespeichert. Ich mach genau gleiche Flugkurve wie du. Ja, Flugkurve, besser nicht. Der ist nämlich gar nicht geflogen, Rana. Ist gerollt, Junge. Aber schön, dass du es eingespeichert hast. Ja, ja, ja. Weiter, 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 weiter. Oh, der ist sehr gut. Mit einer Bande, Medi. Mit einer Bande, geil. Boah, ja, der ist wirklich gut. Aber der könnte auch teuer werden. Voll in die Technik rein. Kein Problem, Rana. Das ziehen wir direkt von deinem Gehalt ab. Geht hier Treppen runter, ne? Ja, Treppe runter, wieder Medi jetzt. Oh, schöner Ball wieder von ihm. Heute ist er besser drauf. An der Schnur gezogen, wie mit dem Lineal. Mann, nein. Herrlich. Mensch. Er läuft gut. Rana. Am besten hier. Nix, das ist nicht erlaubt. Darf ich nicht? Nein, nein, nein. Rüber lupfen darf ich nicht? Lupfen. Ach, Junge. Oh, bleib da, bleib da, bleib da. Oh, perfekt, perfekt. Komm, komm, komm. Nein. Kannst du lupfen, wie du gesagt hast? Guck mal, wo? Ey, der bleibt ja richtig liegen, ne? In der Mitte. Ey, den muss ich doch da treffen. Nein. Ah. Ja, das sind die Kücken dieser Bahn. Hier wird es nämlich echt verwinkelt. Ich habe sofort gemerkt, wie der Ball den Fuß verlassen hat. Was hast du gemacht? Das war deine beste Chance. Komm. Oh nein. Wie viel jetzt? Da habe ich einfach meinen Vorsprung auf. Ey, halt an. Rechts nach rechts. Gut so, gut so, gut so. Oh, man sieht schon, die Jungs hier, die nehmen das Spiel an. Hier wird mit allen Tricks gearbeitet. Aber Pustekuchen, Rana. Ja, Rana jetzt wieder mit Bande offensichtlich. Ja. Oh, viel zu wenig Schmacke ist. Oh, da bleibt das Ding hängen an der Kante. Ja, aber hier ist so eine kleine Kante. Da ist er schön hängen geblieben, ey. Damit man sich nicht auf die Fresse packt. Ja, Rana, das hat super geklappt. Aber auf die Fresse geht es hier für dich trotzdem. Bisschen nach links und dann, dass er nach rechts weg geht. Ja, der Ton wird rauer, bisschen rustikaler. Aber das Füßchen bleibt fein. Oh ja, der ist schon wieder gut. Ja, sehr gut. Oh, der ist sehr gut. Ey, guck mal, perfekt. Ja. Perfekt, du. Ich habe eben auch gedacht, dass es perfekt ist. Und ich kann nicht... Oh, ja. Ich würde dann hier gegen die Dings. Einmal nur hinlegen und dann mit einem Schuss weiter. Nein, nein, nein. Ich versuche einmal zu schicken. Ja, von dir würde ich auch keine Tipps annehmen, ey. Guck mal auf den Spielstand, Alter. Das ist schwierig. Oh nein, das war perfekt. Ich muss ja einfach nur gerade. Hier, dieses, hier, das ist scheiße. Hier, die Kante ist scheiße. Der ist, jetzt ist perfekt für dich. Mit links. Ja, 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 ja. Rana. Habe ich eben auch schon gedacht. Guck mal, mein Ball, ey. Jetzt gilt es, aus dem Hintergrund müssen ran schießen. Ran schießt und... Vorstellern! 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 Das gibt es doch nicht. Nö, nö, ist okay. Kann ich einfach so lupfen. Muss alles fair. Jetzt muss er lupfen hier. Du bist doch, Anna. Da, rings irgendwo. Ah, schön auf safe gespielt. Sauberer Ball von Medi. Bleib hier, bleib hier. Perfekt. Perfekto. Medi oder ich? Ey, war hier dein Ball, oder? Ja! Nein! Ja, lege ihn ruhig noch da hinten hin. Komm mal zur Seite, Mann. Raumsache für einen 111-fachen Nationalspieler. Und so ist das. Drin das Ding. Dein rechter Fuß! Dein rechter Fuß! Ne, rechter Fuß geht nicht. Linker Fuß, linker Fuß, Innenseite. Innen vor zwei Reihen. Hä? Typisch Linksfußer. Komm mal, mit rechts. Dann hättest du da auch mit links schriegen können. Oder mit Linksaußeres. Nein, geht nicht. Kann ich nicht, Medi. Ja, das weiß er. Den rechten hat er nur zum Milchholen. Ja! Aber mit links klappt es auch aus spitzen Winkel. Stark gemacht. So, kommen wir zum Zwischenstand nach dem zweiten von drei Durchläufen. Beim ersten Mal war Rana ein Schuss besser. Jetzt braucht der Medi ein weniger. Boah, ist das spannend. Wir freuen uns auf die Entscheidung im dritten Kurs. Darf ich nicht? Geht, Mann. Dein rechter Fuß, dein rechter Fuß. Genau da, wo ich gesagt habe, ne? Security hat Polizei gerufen, weil... Ja. Da finde ich hier ein VIP mit Bälle her. Ja. Bis zum nächsten Mal.